hi ich habe die aufnahme gestartet keine zeit verlieren wir wollen heute durchspielen und wer weiß wie lange der ganze spaß noch dauert story wise wahrscheinlich nicht mehr so viel aber die arenen und so mal schauen mal schauen kurzer stream ja ich sag lieber gar nichts ich glaube gar nichts mehr was sind kills die ich noch machen muss die kills auf jeden fall zack so schön bauern bei platin grind ich spiel in letzter zeit zu viele spiele die platin grind benötigen ich hab keine lust mehr drauf glaube ich auch mit trophäen ist doch alles sinnlos aber die hier hole ich noch kamera ja genau das ist jetzt auch erstmal so die aufgabe denke ich werde jetzt erstmal alle kameras wahrscheinlich erst mal machen und dann halt mal so schauen wer bist ins büro auf der farm irgendwo in der mitte doch wenn ich finde ich wieder ohne hilfe leider habe ich nichts jetzt habe ich dir immer schon so rumsummen gehören ja komm dann machen wir mal beide bahngleise wo sind die bahngleise jetzt höre ich sie glaube ich jetzt nicht mehr jetzt in der gasse und ich werde abgeballert aua boah nasio nicht gut ah 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 ich habe keinen sichtkontakt mehr zum zielen ich habe viel gesicht mit ah entschuldigung ich bin auch heute wieder nur am niesen ne das ist ganz schlimm oh man ey ok dann boah das nervt doch jetzt schon wieder ja ich mag den appen der mich da anguckt ah das ist die treppe die ich gerade gesehen habe ja dankeschön boah das war ja nervig aber ja Herausforderung und auf jeden fall die 3 kiss ja let's you verrecke ok ich versuch's ne doch vier stück ist ja lächerlich ist ja lächerlich dieses spiel ooo wusch war nämlich spaß so jeden boost ja immer mitnehmen das wesentlich ein offenes gebiet irgendwo richtung richtung busch das war auch so ein gebiet in dem wir jetzt schon echt häufig waren hier ich bin gar nicht mehr im gebiet toll hmm was darfst du eigentlich steuern? hmmm jetzt ist auf jeden Fall nicht die spannendste Aufgabe eher sogar die anstrengendste nebenaufgabe die alle zu finden, aber dauert er nicht mehr lang dann gibt es einmal Pling und dann ein Hauptquest so lange bis ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie No Point of No Return No Point, genau, Point of No Return haben und dann will ich mir mal diese Arenen so ein bisschen angucken gucken was damit dann so auf sich hat gefunden als Roboter hat man es auch nicht immer leicht kannst du wieder aufhören zu reden Abigail Walker hmmm nach dem nächsten Story Event solltest du ja die letzte Kraft bekommen und auch die letzte Arena na ok dann spielen wir gleich mal darauf hin hm das war cool hm hm mhm sind Autos die ich höre glaube ich ach scheiße ist er voll weit oben äh äh warum steht auch mal nicht SPD haha was haben die damit zu tun das steht hier irgendwo ums hohe Gebäude rum scheinbar Seattle Police Department das ergibt Sinn tatsächlich und weil touche gelehrt 20,000 Dollar in Fetzen hahaha lustig ich what I would verkaufen alter irgendwie he he irgendwo u Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit für ein Pling? Da, abgewunden. Plong. Ich habe 18 Sucker Punch. Tobi ist bereit. Hmmmm. Scheinbar nicht. Er hatte seine Chance. Mh. Woofman ist schon nett, so. Diese ÖPNR-NV-Fragen machen wir fertig. Ich kann das alles nicht mehr. Krankenwaage. Ja, ne? Ich spiele mal weiter. Suchen Sie den Ort in der Stadt, wo Shane ihren Bruder festhält. Shane gibt sich als die neuen Akkulas aus, indem er Unruhestifter einfach in den Frachtcontainer steckt. Ich sehe immer Fehler. Ja, aber ich weiß nicht in welchen. Es gibt vier und alle werden gewacht. Auch in deiner allerersten Nachricht heute. Bleiben dir nur Minuten bevor Shane mit? Mädchen schürft. Dann muss ich eben schnell machen. Danke. Roudies. Oh, warte gerade. Oh, 20 Nahkampf-Kills in Folge. Lauf los. Vor jemand die ausgeschalteten Wachen bemerkt. Na dann? Arbeite ich mal daran. Begeben Sie sich schnell zum Frachtcontainer. Verlängern Sie die Zeit mit Hilfe von Neonwolken. Hä? Was ist denn Neonwolken? Ach so. Die Dinger einfach. Warum kriege ich dafür Bonuszeit? Egal. Mit reinem Gewissen? Was hast du getan? Ich bin Timmermaler. Ich bin ein Streifen weit weg von der Welt. Was sag ich dir? Ach, abgemacht. Ich bin ein Streifen weit weg von der Welt. Ja. Arbeite dran. Jenny. Was sollen all die Streifen wagen? Ist ja ein Massenauflauf hier. Die Polizei hat uns was beschickt. Die Polizei hat uns aufkontriert haben. Die Polizei hat uns aufkontriert. Komm schon Brandt. Sei bitte im nächsten Container. Essen ist fertig. Hier ist niemand drin. Natürlich nicht. Kennt ihr die Rule of Three? Habt ihr schon mal davon gehört? Ich seh schon, dass es da gleich nicht ist. Das hätte ich verdient, auf jeden Fall. Hallo Fett, was treibt mein liebstes Mädchen denn so? Hab gerade keine Zeit. Du bist ja ganz außer Atem. Was ist los? Hast du mir dich wieder nackt auf einem Pferd vorgestellt? Hey! Geht's doch weg, Säcke! Warum kann ich hier nicht so geil auf den Dingern gleiten, wie mein bester Freund? Dale's in Roe? Egal. Herausforderung abgeschlödelt. Ob's auch 30 gibt? Hm. Ähm. Oh. Hä? Hä? Tsch! Was ist los Jenny? Hier ist niemand drin! Ich weiß es nicht! Weiß ich es nicht! Es ist nur noch einer übrig! Er muss da drin sein! Ich habe Shades Computer gehackt gebracht! Genty the rule of fall Jenny erst leer das war eine Genty the rule of five Die einzige die davon wusste war Jenny Ich musste herausfinden ob sie noch in meinem Team spielt Das war ich allein und das hier auch Doch bitte Sie ist das Hirn Du bist nur eine Laserkanone mit pinken Haaren Lass mich mit dir sprechen Oh zu spät Sie ist schon raus Aber wenn du dich beeilst Könntest du sie noch erwischen Hm Nee rule of fall war schon okay Ich hab Singularität Und ich sollte sie auch einsetzen Damit ich später nicht mehr so häufig muss Oh wie geht's denn hin Doch ich seh nicht was da ist Oh sie ist dort Meine Tätigung klingelt Ich habe nur getan wozu Jenny mich gezwungen hat Sie kannte den Preis für Verrat Die Frage ist Kennst du ihn? Mein Bruder Du tötest meinen Bruder Sehr gut Also lass Jennys Tod nicht umsonst sein Tu was ich sage Wenn ich es sage Dann überlebt dein Bruder Ja gute Besserung auf jeden Fall An Jenny Preis der Erlösung Hm Weißt du was Triff mich auf dem Pioneer Building Wir müssen Cops erledigen Aha Will ich das? Habe ich eigentlich noch Upgrades zu verteilen? Schon so ne? Mehr Blitze ballern Luftspann zweimal Ich habe auch noch eine dritte Fähigkeit So ne? Ja ich sprach mir mal für die letzte auf weil ich werde ja wahrscheinlich kaum noch Punkte bekommen hier Kaum noch Sucker Punch bekommen Moin Aua Wollte mal so ein Kill für nebenbei mitnehmen Jetzt wieder weg Juhu Ja Trophäe 20 geht es in Folge mit der nächsten Kraft zu machen Hm Natürlich gibt es das Brrrr 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 Ach Shane hilft mir Singularität Ja 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 Ok Shane Hier bin ich Sorry Schätzchen War ein bisschen abgelenkt Hol dein Handy raus Dann siehst du es Der Cop, den ich geschmiert habe, hat mir Zugriff auf die Kameras verschafft. Das hier ist eine Live-Video-Überwachung. Und? Das ist nur ein Haufen Cops. Ja, und sie beschützen alle den Polizeichef. Ein Mann, den ich brennend gern treffen möchte, aber ungern, solange so eine Gefolgschaft angeblich ist. Ich bringe die nicht alle um, damit du ein Schwätzchen halten kannst. Ich lenke sie ab. Ich mache Krawall, damit sie kommen und nachsehen müssen. Wenn's funktioniert, Süße. Wenn dieses Treffen plangemäß verläuft, bestimme ich für die nächsten Jahre, was in Seattle läuft. Das heißt, du und dein Bruder könnt gehen. Einmal Krawall? Kommt sofort. Händen sie genug Schaden an Seattle an? Bist du ein Schaden? Zerstörung. Äh. Ich verstehe meine Aufgabe auf jeden Fall. Äh, Auto-Tot-Kloppen. Ich habe keine Raketen. Hm. Singularität gleich ablenken. Hm. Wir klären dir das jetzt. Oh Gott, da hat er mal einen PC. Gerade den übelsten Ruckler. Ich weiß nicht, ob man den gerade in der Aufnahme bekommen hat oder im Stream. Mach weiter. Die Kops sehen nervös aus. Dadurch knistert der Ton jetzt nämlich auch schon wieder. Das hatte ich leider schon mal. Ruckler hatten wir auch. Hm. Das gefällt mir nicht. Das habe ich letzte Zeit. Also ich hatte das neue schon mal bei Final Fantasy. Codierung? Ne, Überlastung hatte ich nicht tatsächlich. Es scheint irgendwie mit der Capture Card zusammenzuhängen. Oh, immer wenn man das neue startet, braucht das immer so ewig. Ich spiele mal gemütet weiter, ne. So lange. Danke. Ich brauche kein Damage mehr. Ich brauche kein Damage mehr. Das dauert mir ein bisschen zu lange, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist doch nicht kaputt hier. Okay, so geht es wahrscheinlich sogar am schnellsten. Einfach. Der Polizeichef schaut umher und fragt sich, wo alle seine Leute hin sind. Ich glaube, ich werde mich mal vorstellen. Nur für den Fall. Komm hierher. Ich hätte gerne meine nächste Kanone zum Schutz. Ich werde mich nicht mehr so weit machen. Stehen die als Gegner? Guter Content auf jeden Fall. Ja, sowas wieder. Machen wir beim nächsten Mal, ne? Die Folge ist vorbei. War auch noch genug Content, ne? Spiel ist ja gleich vorbei. Tschüss!